Hallo und herzlich Willkommen zurück bei The Witcher 3 wollte ich gerade sagen. Nee, bei XCOM Enemy Within. Okay. Neue Forschung starten. Das kennen wir. Okay, dafür braucht es noch ein bisschen. In dieser Reihe haben wir alles und dann der Baum. Okay, ich glaube wir brauchen noch zwei davon. Ich greife die Element Basis an. Ja, ja, technische Abteilung, okay. Na, Kampf, neues Projekt. Gibt es im Moment keins. Okay, gut. Töckungsfeuer. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Konfekt entdeckt. Okay, und? Ja, ja, ja. Bereit für Nahkampf. Sind gleich in Schussweite. Okay. Ne. Verlassen. Wir haben es niedergemacht. Gut, gut. Hier, wir arbeiten. Waffnung. Ah. Okay. Gut, unser Kampf. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatz. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Ja. Das UFO ist in ein dünn besiedeltes Gebiet fernab... Wir werden schocken. Hier spricht Big Sky. Ja, wie immer Sprachen wirkt zuerst einmal... Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Gut. Ja, Commander. Das ist ja jetzt schneller. Ziel erfassen. Perfekt. Nein, aber sieh. Ich weiß nicht. Spack. Ja. Ist keine Bedrohung mehr. Auch nach vorne gehen. Im Laufschritt. 97. 48. 40. 42. 43. 44. 42. 45. 45. 45. 46. 47. 47. 49. 50. Ich werde ziemlich eingedeckt. Ich werde ziemlich eingedeckt. Feindliche Einheit eliminiert. Das oder das nächste? Überraschend. Gut, gehen wir mit ihm nach vorne. Okay, da ist der Gegner. Gebe mich auf Position. Gebe mich auf Position. Gebe mich auf Position. Gebe mich auf Position. Bist du in den Karten? Gebe mich auf Position. Gebe mich auf Position. Gebe mich auf Position. Okay, gut, wenn dort schon ein Behälter ist, dann müssen wir uns gut darüber Das war eigentlich nicht mein Plan, aber okay Bewegung, Bewegung, Bewegung! Gut, das ist dann hier, ich spute mal da rüber Wir schauen mal Unterwegs! Gut Ich wusste es, ich wusste es Ich wusste es, ich wusste es Es war zu, es war schön, um wahr zu sein Ciao, ciao Ich bin unterwegs Das haben wir hier noch Nur noch die zwei Stand unterwegs Jawohl, Scherp! Parampam! Ja, letztendlich mehr Wir wollen sich dort ziehen! Zublerisches Ziel neutralisiert Neue Zieler ausgemacht! Perfekt! Was ist mit der ausgemacht? Ja! Besten Sie mal, Wille Look out! Okay, überlegen Sie was im Blumen Dann mache ich das Pumpen Dann mache ich das Pumpen Nein, schreibe ich mir Pumpen auf! Von Köln! Gut Was passiert, wenn der da vorne hingeht? Okay, da oben ist was Okay, da oben ist was Gehen unterwegs! Behälter sichergestellt Gut, und jetzt kommen wir wieder nach raus Gut Pssst 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 Das ist ein Mal. Dann nehmen wir ihn hier. Schon unterwegs. Da rennt er. Hier bestätigt. Feuer. 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 Ich habe fast kein X-ray eliminiert. Was? Dann haben wir Traufen losgeschossen. Ba-la-la-la-la. Justiere Visier. Nein. Der war eigentlich für jemanden. Na also. Okay, dann geht er. Okay, dann geht er. Das war sehr gut. Das ist ein Zimmer fest. Die zweite Schussmutter werden da. Na dann schon. Erledigt. Okay, als erstes geht wieder hin. Auf Geschossen. Im wilden Westen. Und los. Ausgeschaltet. Oh. Sogar sehr gut. Sogar sehr gut. Ups. Bap. Okay. Ah ja. Wo kann der am besten gehen? Darüber. Befehl zum Vorrücken bestätigt. Und dann geht's. Bis zum nächsten Mal. Das ist doch leider nicht. Aber ich bin da. Mit ihm erst wieder bei den Kräften oder weniger. Drücke vor auf neue Position. Neue Ziele ausgemacht. Okay. Guter Schuss und ciao. Mission erfüllt. Gut, gut, sehr gut. Dann muss ich nur noch den Hangar ins Beziehung. Ja. Okay, wird er fördert und bekommt. Also, vielleicht ist der Schuss verfällt die Einheit automatisch. Aber nein. Die ersten Standardkosten im Unkreuz. Ja. Das nehmen wir an. Weiter. Schädig zu einem Urteil. Okay. Hangar. Wie sieht unser Schiffssipfel aus? Okay. 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 Oh, dann fehlt es nur noch einer. Upsala. EMP-Kanon. Ja. Ich habe die noch keine. Waffe ich denn dann? EMP-Kanon. Kliepigen. Und. EMP, EMP, EMP. EMP. Als EMP. Als EMP. Stamaria. Okay. Dann fehlt nur noch für hier. Okay. Gut. Dann fehlt nur noch für hier. Commander, die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Bei der Gieserei gibt es auch nichts Neues. Commander, das müssen Sie sich ansehen. Eine Übertragung vom Rat. Gut, Sie wollen ein Pionier, der nicht für XCOM arbeitet, wurde angegriffen, als er eine Wasserquelle auf mögliche Kontamination durch außerirdische Ernte suchte. Wir würden diesem Herrn gerne herholen und erfahren, was er gesehen hat. Die Zentrale sollte Ihnen Einsatzpläne fertig haben, wenn Ihr Druck dort ist. Geld, Ingenieure... Hervorragend! Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt! Ja. Okay, und jetzt bearbeiten, Bewaffnung... Ich dachte, vielleicht hat jemand jemand mit dem Plasma geholfen müssen. Bereit machen zum Einsatz von... Südafrika. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Dem Rat liegen Berichte vor, dass ein Trupp Pioniere unter Führung eines gewissen Sergeant Carlock eine von den Aliens verursachte Kontamination der Umgebung festgestellt hat. Wir müssen ihn am anderen Ende dieses Peers abholen. Die üblich sollen wir dabei jeglichen Widerstand niederschlagen. Ziel wurde aktualisiert. Okay, das ist eine Eskorte-Quest. Okay. Ah, da ist er. Äh... Bevor ich es noch vergesse und es schief geht. Gut. Position bestätigt. Feindliche Einheit ausgemacht. Okay. Okay. Gut, die Verteilung ist. Gut. Ich hatte alle drei Treffen... Nein. Gut. Nichts. Freilich. Gut laufen. Gut. 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 Gut verände ich euch fünf Giovine aus. Ja. Gut, dann... Verstand! Los geht's! Geben wir mich auf Position! Immer schon alles geschützt. Dieses Einsatzgebiet könnte gleich ziemlich heiß werden. Feinde an Marsch! Ja. Nicht gut, Drag-1. Kommen Sie zurück. Ist vorbei. Neues Ziel erhalten. Ingenieur sehen Sie die möglichen Reparaturen verständigen. Oh Gott, der hält die Rappen. Wiener vernichtet! Wiener vernichtet! Dazu ist Panzer runter! Geht unter Feuer! Verdammt. Aber genau aus... Ja. Genau aus... Genau aus dem Grund. Aber der gespeichert. Das Ziel steht noch! Gut. Aber ich würde sagen, wir wiederholen die Quests erst in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!